Vor mittlerweile über zwei Jahren habe ich hier auf meinem Channel das Projekt Salver Terror Crowd beleuchtet und darauf hingewiesen, dass hier wahrscheinlich irgendwie etwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen kann. Mittlerweile wurden die Auszahlungen gestoppt, das System ist down und ich möchte mit diesem Video einfach nochmal schauen, was ist denn hier eigentlich passiert, war das von vornherein erkennbar und wie kann man solche Sachen vielleicht in Zukunft vermeiden. Die beiden Videos von mir verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung noch einmal als Quelle vom 16.08.2022 und vom 01.09.2022. Am 01.09.2022 habe ich darauf hingewiesen, dass die Bafin vor Salver Terror Crowd warnt, dass also gesagt wird, die erbringen hier Geschäfte, wo man ein Prospekt hinterlegen muss, aber dieses Prospekt wurde nicht hinterlegt. Für Salver Terror Crowd wurde ähnlich wie für Juicy Fields relativ viel Werbung gemacht von Blogbeiträgen bzw. hier von YouTubern, die dann dort 50 oder 100 Euro eingezahlt haben. Sich das Ganze haben wieder auszahlen lassen, wo dann gesagt wurde, siehst du hier, es funktioniert doch, diesmal werden wir alle reich. Naja, am langen Ende Pustekuchen, so viele Leute dürften hier nicht reich geworden sein. Nach zwei Jahren wurden wahrscheinlich viele Blogbeiträge hier gelöscht oder umgeschrieben, viele YouTube-Videos wieder vom Netz genommen und naja, man hat ja keine Anlageempfehlungen oder irgendwie Produktempfehlungen hier gegeben, sondern man hat ja nur seine Erfahrungen geteilt. Vielleicht hätte man diese Erfahrungen nicht teilen müssen, wenn man ein bisschen nachgedacht hätte. Soweit erstmal dazu und genug von diesem Zynismus. Was ist bei Salver Terror Crowd passiert? Naja, kurz nachdem die BaFin-Meldung hier rausgegangen ist, sieht man hier zum Beispiel am 23. August 2022 bei Trustpilot.com, dass so die ersten Meldungen laut geworden sind, auch teilweise schon davor, dass Auszahlungen nicht mehr laufen. Wie zum Beispiel hier, ich warte bereits seit zwei Wochen auf meine Auszahlung und da bin ich nicht der Einzige. In der Telegram-Gruppe wird man sofort angemacht und als bekloppt hingestellt, genau wie vor ein paar Monaten in der Juicy Fields Telegram-Gruppe. Salver Terror kann derzeit nicht auszahlen, da sie nicht damit gerechnet haben, dass so viele User ihr Geld rausziehen. Für mich unbegreiflich und deswegen kann ich jedem nur raten und so weiter und so fort. Also wir hatten hier das Gleiche, wie wir es auch schon bei Juicy Fields gesehen haben. Der Autor hier nimmt ja tatsächlich auch Bezug auf Juicy Fields. Oder wie wir es auch bei My First Plant gesehen haben, dass die Liquiditätsprobleme bekommen haben, sobald einige User hier versucht haben, Kasse zu machen. War das von vornherein absehbar? Naja, meines Erachtens schon, denn wir hatten hier wieder ganz genau das Gleiche, was wir auch bei Juicy Fields hatten, was wir bei My First Plant hatten, was wir bei anderen Sachen hier mit Krypto-Trading, mit irgendwelchen neuen Krypto-Projekten oder was auch immer hatten. Es war letzten Endes die Rendite, die die Leute hier wohl angelockt hat. Dazu hatte man noch eine schöne Story. Cannabis-Legalisierung, juhu, alle haben sich gefreut. Aber am langen Ende muss man schon die Frage aufmachen, wie sollen solche Renditen, wenn man wirklich davon ausgeht, dass das Geschäft hier solide aufgebaut wird, wie sollen solche Renditen von 20, 30, 40, 50 Prozent, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viel hier bei Salvatara Crowd in Aussicht gestellt wurde, wie sollen solche Renditen langfristig denn bitte schön erzielt werden? Das sollte immer die Frage sein, die man sich wirklich stellt, denn auch ein Warren Buffett, der erfolgreichste Investor der Welt, macht nur 20, nur in Anführungszeichen 20 Prozent im Jahr, nicht im Monat, sondern im Jahr und das über die letzten 50 Jahre und ist damit der erfolgreichste Investor der Welt. Heißt also, wenn euch erzählt wird, alles was hier in die Richtung 20 Prozent geht, regelmäßig, andauernd über die nächsten Jahre, Jahrzehnte oder whatever, da ist sehr, sehr viel Vorsicht geboten. Aber bei Salvatara Crowd ist das Ganze sogar noch weitergegangen, da habe ich hier bei x-invest.net etwas sehr, sehr Schönes gefunden, denn die Leute, die sollten sich nicht nur damit begnügen, dass das Geld nicht wiederkommt, sondern die sollten das nach Möglichkeit auch noch in einen Coin investieren, in einen Krypto-Coin, nämlich den Salva-Coin. Hier wurde von einem User gepostet am 19.01.2023, was wohl als Newsletter verschickt wurde, beziehungsweise in der Telegram-Gruppe herumgeschrieben wurde. Over the past month, Salvatara Inc. has developed a new platform, where everything comes together. New investment plans, CBDs, consumer product sales, an affiliate reward system, and many more features. These different Salva-Coin platforms will have its own currency, this Salva-Coin. With this coin, platform users will be able to invest in new crowd plans, buy CBD products, and even use this coin as a crypto-investment. As mentioned, there will be an extensive affiliate system that rewards you for bringing new users to the platform. Das Ganze ist auch nicht neu, das haben wir bei anderen Projekten auch schon gesehen, dass dann auf einmal eine Krypto-Plattform aufgemacht wurde, wo dann in diesen Coin investiert werden konnte, oder wo die Leute quasi ihr Geld eins zu eins in irgendwelche Coins, Tokens oder whatever tauschen konnten, beziehungsweise getauscht wurden, ohne dass die das wollten. Das ist ja ganz klar, deswegen hat man hier am Anfang auch investiert und rechtliche Fragen gibt es natürlich überhaupt nicht, ob das überhaupt gemacht werden darf oder was auch immer. Wird halt einfach so gemacht, ist ja zum Besten von allen letzten Endes. Wer auch immer alle sind und ob das den einen dann persönlich trifft oder nicht, ist ja auch egal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Internetseite von diesem Server-Coin, die ist tatsächlich noch online, aber ich habe nichts gefunden, dass man diesen Coin irgendwie handeln kann oder dass man ihn tauschen kann oder wie der aktuelle Kurs von diesem Coin ist. Also da verliert sich tatsächlich die Spur hier bei Server Tower Crowd, wie es aktuell aussieht. Wenn da irgendjemand noch drin ist oder wenn es diese Telegram-Gruppe noch gibt, ich bin ja in diesen Telegram-Gruppen, wo man die neuesten Informationen immer bekommt, da bin ich ja immer regelmäßig nicht drin. Wenn ich in jeder Telegram-Gruppe drin wäre, würde ich vielleicht irgendwann auch an diesen Mist glauben, den die da erzählen. Also wenn da jemand noch drin ist oder wenn es da irgendwie neueste Informationen gibt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie der aktuelle Stand ist. Aber von außen betrachtet, wie sich das die letzten Jahre hier so gezeigt hat und wie ich das hier so lese, würde ich einfach mal sagen, das Ding hier ist durch und ja, das war es dann wohl. Die Internetseite hatte ich bereits angesprochen, dass die noch online ist. Selvacoin.com, die könnt ihr hier einmal sehen. Wer jetzt genau hinter dieser Internetseite steht, das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Ganz unten seht ihr noch Contact und Shop als hinterlegte Links, wenn man dann einfach mal Contact und Shop anklickt. Bei Contact steht dann hier Contact Us, aber wer jetzt hier wirklich so dahinter steht, welche Firma, welche Privatperson oder was auch immer, ist nicht ersichtlich. Aber zumindest beim Shop bei www.selva.shop, wenn man da ganz nach unten scrollt und hier bei Selva Ecosystem auf selvatera.com klickt und auch hier wieder ganz nach unten scrollt, da sieht man hier unten Selvatera Inc. in Las Vegas. Ob man hier überhaupt was bestellen kann, ob es diese Produkte überhaupt gibt, ob die geliefert werden können, wenn die in Las Vegas sitzen, dass die das auch nach Deutschland liefern oder wohin auch immer. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Will ich auch vor diesem Background überhaupt gar nicht ausprobieren, bin ich auch ganz ehrlich. Denn wie es bis hierher gelaufen ist, muss man ganz klar sagen, die Masse der Leute, die wir hier mal wieder richtig, richtig Geld versenkt haben. Wenn ihr in Zukunft vermeiden möchtet, euer Geld in schlechte Aktien, schlechte Kryptos oder in solche tollen Geldumverteilungssysteme zu investieren oder zu verspekulieren oder einfach zu verschwenden oder wie man das nennen möchte, könnt ihr mich jetzt gerne abonnieren und mich unterstützen. Denn ich widme mich auf meinem Channel der fundamentalen Analyse von Aktien und von Kryptowerten und gucke auch regelmäßig bei solchen Sachen hier nach. Wenn ich mir solche Sachen hier angucke, blicke ich immer auf die Basics, denn bei den Basics kann man 95% solcher betrügerischen Sachen schon erkennen und die restlichen 5%, die bekommt man durch ein bisschen Brainstorming und nachdenken, ob das Ganze, wie das denn hier beschrieben wird, wirklich so sein kann, wie das erzählt wird oder ob da vielleicht irgendwie was komisch ist. So viel erstmal zu Salvatara Crowd. Wie gesagt, wenn ihr dort noch irgendwie involviert seid oder betroffen seid oder Geld verloren habt oder vielleicht sogar Geld gewonnen habt, das soll es ja auch geben, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Daumen, das Glöckchen und das Abo und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.